Musik Wer heute ein mit der Hand gekuppeltes und mit dem Fuß geschaltetes Sportquad sucht, hat wenig Auswahl. Vor diesem Hintergrund ist es umso erfreulicher, dass Access mit der AMS 4.38 einen modernen Spaßmacher mit einem technischen Update präsentiert hat. Musik Access bietet dabei einen eigenen Motor an, der bereits den Euro 4 Abgasgrenzwerten entspricht und mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung sowie einer aufwendigen Trockensumpfschmierung ausgestattet ist. Musik Von der Beschleunigung her kann die Access AMS 4.38 mit den meisten 700er ATVs locker mithalten. Ihr Top Speed, etwas mehr als 110 kmh, ist allemal schnell genug. Auch ihr Bremsweg, rund 25 Meter von 70 auf 0 kmh, kann sich im Vergleich zu anderen Fahrzeugen dieser Klasse sehen lassen. Musik Draufsetzen, losfahren, Spaß haben. Das ist das Motto der kleinen, 38 PS starken Taiwanesin. Wer das haben möchte, ist bei der Access AMS 4.38 zum Preis von rund 7200 Euro mit dabei. Musik Musik Musik